Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott ist auch in Krisenzeiten ein Gott, der immer derselbe bleibt. Und viele Menschen erleben gerade seine Hilfe und sein Eingreifen. Und auch heute wollen wir gerne wieder für euch beten. Ja, Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Heute habe ich ein Thema. Sei lebendig. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. John Eldridge hat gesagt, frage dich nicht, was die Welt braucht. Frage dich lieber, was dich lebendig macht und dann geh hin und tu das Entsprechende. Die Welt braucht nicht so sehr wie Menschen, die lebendig sind. Ich glaube, das ist genau das, was wir in dieser Zeit auch sein sollen und was die anderen brauchen. Nicht Menschen, die tot sind. Für viele Menschen ist eigentlich Religion oder das Christsein oder Kirche eine Todessache. Und in dieser Zeit ist es eigentlich wichtig, dass wir zeigen, dass es das nicht ist. Dass es so lebendig ist. Aber es ist nur lebendig, wenn der lebendige Jesus in dir wohnt und auch das Licht aus dir herausstrahlen kann. Dass es so richtig rausstrahlt, dass es heißt, schau mal, das ist ein Christ, der ist anders. Der ist sowas von lebendig. Das heißt nicht, dass wir irgendwo jetzt Blödsinn machen müssen oder durch die Welt rennen müssen oder irgendwelche Kraftakte machen müssen. Nein, sondern das Licht, das Lebendige, dass das aus uns rausstrahlt und dass wir wirklich auch den Frieden ausstrahlen. Und es steht ja in Jesaja 60 Vers 1, steh auf und werde Licht. Und ich glaube, dass du schon Licht bist, weil das Licht in dir ist. Aber lass es scheinen. Nimm irgendwo, mach die Roläden hoch deines Lebens, dass die Leute sehen, dass Licht in dir ist, dass Freude in dir ist. Trotz all diesen Umständen. Jesus ist mit dir. Ich danke dir, Herr, für jeden, der sich entscheidet, lebendig zu sein. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir jetzt nicht irgendwas repräsentieren, was tot ist. Denn dein Wort, du bist lebendig. Und lass es auch uns, Herr, zu den Leuten ausstrahlen, die um uns herum sind, in unserem Alltag. Ich danke dir dafür, Herr, dass du auch alle Angst besiegt hast. Danke, Herr. Amen. Amen. Folgende Gebetsanliegen haben uns erreicht. Liebe Geschwister, ich habe vorhin euer Gebet um zwölf angeschaut und bin euch für etwas ganz Bestimmtes sehr dankbar. Ihr habt davon gesprochen, dass Worte Macht haben. Im Positiven wie auch im Negativen. Leider habe auch ich den Fehler gemacht, schlecht und hoffnungslos über mich zu sprechen. Mittlerweile bin ich tatsächlich in einem Zustand, dass ich fast nichts mehr schaffe, dass ich körperlich krank bin und so weiter. Durch euch und eine andere Andacht bin ich dahin gekommen, zu begreifen, dass ich ernte, was ich gesät habe. Ich habe auch sofort um Freisprechung gebetet und gehe voller Hoffnung in den Tag, in die Zukunft. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben, dass wir positiv reden und nicht das Negative in uns hineinlassen. Das Negative macht etwas in unserem Leben, genauso wie das Positive. Und es ist auch in jedem Bereich unseres Lebens so, dass wir das ernten, was wir sehen. Und da möchte ich jetzt für alle beten, die in so einer negativen Lage sind oder Stimmung sind oder Situation sind. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch über den Personen, die so negativ geredet haben, die sich selber in eine negative Situation hineingesprochen haben. Und ich danke dir, Jesus, dass wir diese Situation entmachten, dass wir diese negativen Dinge entmachten im Leben von diesen Menschen. Und wir danken dir, dass sie wirklich verstehen, dass sie positiv reden, dass dein Wort positiv ist, dass du ein positiver Gott bist, der eingreift in unser Leben und dass wir nicht dem negativen Raum geben. Danke, Jesus, dass du hineinsprichst in diese Leben von diesen Menschen. Und ich danke dir, dass du sie veränderst, so wie diese Person hier, die uns geschrieben hat, dass Veränderung passiert in jedem Leben, wo negative Dinge gesprochen hat. Danke, Jesus. Amen. Und ein weiteres Anliegen. Einige Menschen haben uns geschrieben wegen Augenkrankheiten. Grauer Star und grüner Star. Und da steht auch bei jemandem eine OP an und derjenige hat Angst. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du ein Gott bist, der Augenkrankheiten heilt. Und jeder, der... Danke, Jesus, dass du auch ein Gott bist, der Augenkrankheiten heilt. Dass du jetzt mit jedem bist, der davon betroffen ist. Danke, Jesus, dass du Heilung schenkst. Dass deine Heilungskraft fließt. Und dass du auch dieser Person, die uns geschrieben hat, die Angst nimmst vor der OP. Oder dass du sie vorher schon berührst. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der bei uns ist, der uns hilft, der uns stärkt und der heilt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und weitere Gebetsanliegen haben wir erhalten auf Facebook. Mein Mann hat seinen Job verloren und wird am 1.7. arbeitslos. Aber sein Chef will keine Abfindung zahlen. Wir sind vor Gericht und bitte betet, dass er das bekommt, so wie es ihm zusteht. Ich glaube, in der Situation sind viele und sagen, ja, ich auch, ich auch. Und da möchten wir jetzt für alle beten. Danke, Herr, dass du jetzt diese Situation kennst, Herr, die rechtliche Situation, aber was es auch mit den Menschen macht. Ich danke dir dafür, Herr, dass bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer wirklich Gerechtigkeit herrscht. Herr, jeder, beide Seiten haben schwierige Momente, Herr, in dieser Zeit. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir die Arbeitgeber segnen dürfen, aber auch die Arbeitnehmer. Und ich danke dir, dass in all dieser Lage, Herr, Gerechtigkeit wirklich herrscht und dass wirklich die Wahrheit auch ans Licht kommt und gelebt wird. Danke, Herr. Amen. Auf Facebook kam ein weiteres Anliegen mit der Bitte um Gebet. Wegen Corona hat mein Mann Kurzarbeit. Bitte um Gebet, dass Gott uns Türen öffnet, uns Möglichkeiten schenkt, dass wir Rechnungen, Miete etc. zahlen können und es zu keiner Insolvenz kommt. Und dass die Firma meines Mannes schnellstens das beantragte Kurzarbeitergeld kriegt, um die Mitarbeiter zahlen zu können. Und dass mein Vertrag verlängert wird und ich Arbeit habe. Ja, danke, Herr, genau diese Sache auch, Herr. Danke, Herr, dass du Möglichkeiten hast und Möglichkeiten schaffst, Herr. Herr, die, wo wir gar nicht dran denken, Herr, dass Versorgung da ist, dass Weisheit da ist für Entscheidungen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir auch heute jede Firma segnen dürfen. Herr, segnen dürfen auch diejenigen, die jetzt keine Einkünfte haben. Und ich danke dir, Herr, dass du jedem Weisheit, Ruhe schenkst und das richtige Handeln. Ich danke dir. Amen. Amen. Gott tut auch wirklich wunderbare Dinge in dieser Zeit, wie ich schon gesagt habe. Gutes, gute Dinge. Und da kam ein Zeugnis. Aus Argentinien kommt diese Gebetserhöhung. Am 12. April hatten wir euch um Gebetshilfe für unsere Schwiegertochter gebeten. Die Geburt stand kurz bevor. Der Ultraschall zeigte Probleme mit der Nabelschnur und ein Kaiserschnitt war nicht auszuschließen. Doch der Herr hat wunderbar eingegriffen. Die Geburt verlief gut, ohne Kaiserschnitt, trotz bestehender Umstände. Danke, Jesus. Gestern, den 22. April, war die Geburt. Es ist ein gesundes Baby. Und wir haben sogar ein Bild von diesem Baby bekommen. Und es ist gerade eingeblendet. Ein weiteres Anliegen, beziehungsweise Gebetserhöhung in diesem Fall, auf WhatsApp schreibt uns eine Person. Ich würde gerne von meiner Gebetserhöhung erzählen. Ich besuche seit vielen Jahren eure Gottesdienste, beziehungsweise auch die Gebetsnacht. Da ich sehr weit entfernt wohne, immer mal wieder. Es bereitet mir immer große Freude. Auf einer Gebetsnacht habe ich für mich beten lassen, weil ich seit vielen Jahren an chronischer Blasenentzündung litt. Die Entzündung hatte ich bis zu fünfmal im Jahr und war immer sehr schmerzhaft. Ab dem Tag war alles weg. Und dafür bin ich dem Herrn sehr dankbar. Und ich möchte noch kurz für alle beten, die auch an Blasenentzündung leiden. Jesus, ich danke dir, dass du bei jedem eingreifst, der jetzt eine Blasenentzündung hat und Probleme mit der Blase. Und ich danke dir, dass du das, was du bei dieser Person getan hast, auch bei allen anderen tun kannst. Und ich danke dir, dass du jetzt eingreifst und dass du Heilung schenkst. Danke, Jesus. Amen. Ja, wenn auch du was, wenn du irgendwie was erlebt hast, was Wunderbares, Kleines oder Großes, nenne es uns auf WhatsApp. Lass es uns wissen. Wir werden es gerne, gerne weiter sagen. Heute der Tipp des Tages. Und was macht dich lebendig? Über das habe ich gerade vorher etwas gesagt. Was macht dich lebendig? Schreibe dir drei Dinge auf, die dich lebendig machen. Nicht nur im geistigen Bereich, wenn du Bibel liest, sondern was macht dich lebendig? Ich zum Beispiel, wenn ich in den Baumarkt komme oder Technik sehe oder Lobreis. Das ist das, was mich lebendig macht, wo ich, wo richtig kribbelt, wo es sich entwickelt, wo ich mir Vorstellungen mache. Und wenn man da lebendig wird, ist man wieder für einen anderen richtig gut drauf. Sag mal, wie siehst denn du aus? Was hast denn du erlebt? Du freust dich so. Und ich sage dir, habe diese Erlebnisse. Ja, und du kannst uns auch gerne deine Anliegen weiterhin schicken. Unser Telefon ist noch geschaltet bis 13 Uhr. Ja, bald sind die Heilungstage. Nächsten Samstag, 10 Uhr und Sonntag, 10 Uhr sind die Heilungstage. Schalte ein. Es wird sich lohnen. Wir haben ein wunderbares Programm. Es wird für dich zum Segen sein. Ich möchte dir heute unser Magazin Freude am Leben empfehlen. Du kannst es gerne, gerne kostenlos abonnieren. Ich zeige dir gerade in diesem kurzen Spot, wie es funktioniert. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Du schaust uns auf YouTube. Abonniere YouTube. Dann bekommst du immer unsere Nachricht. Du kannst oben rechts diese Glocke anklicken und dann bekommst du immer unsere Nachricht. Wir hoffen, wir haben dich heute ermutigt durch Zeugnisse und durch Gebetsanliegen. Und wir freuen uns, wenn du morgen wieder dabei bist. Und wir verabschieden uns. Gottes Segen. Alles Gute. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!